Hier sind auch Bastelsachen für Handpuppen. Nein, nicht ganz. Aber pass mal auf. Wir brauchen die hier und die und einen davon. Aber Papa, das sind doch alles alte Sachen. Man kann aus alten Sachen oft auch wieder neue tolle machen. Pass mal auf. Was haben wir hier denn alles? Das kommt hier drauf und lass mal sehen. Was könnte das hier wohl sein? Hast du vielleicht eine Idee? Ja, Papa. Sieh doch mal. Das ist dein Kopf. Du hast recht. Siehst du? Das ist ein Maßmensch. Ja, stimmt. Gut gemacht. Und das ist seine Nase. Und sein Mund. Und das ist sein Körper. Aber er braucht noch Arme. Hier sind welche. Großartig, Leo. Der ist super duper geworden.